Musik Guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist Detlef Koller und ich bin der Zeugwart bei Werder Bremen. Und wenn Sie mehr über mich oder über meine Tätigkeit wissen wollen, dann bleiben Sie bitte dran. Musik Einen wunderschönen guten Abend meine Damen und Herren und herzlich willkommen bei Werder TV Ausgabe April. Hier die Themen, die wir für Sie vorbereitet haben. Musik Ortsbegehung, 1000 Freikarten für das Viertel gegen den Baustellenfrust. Stellenbeschreibung, Tischtennisass, Franz Sterne als Arbeitsalltag. Musik Spitzenspiel, die B-Jugend gegen Hannover 96. Da rauchen die Köpfe, wer das Denksportler auf dem Weg in die Champions League. Fan-Protest, die Schlachtenbummler wecken die Profis aus dem Winterschlaf. Studiogast Detlef Overs Koller, klicken Sie hinter die Kulissen. Also bitte die Fernbedienung wecken. Auf bessere Zeit meine Damen und Herren. Wie wir eben gehört haben, wie ich eben schon sagte, hat die Mannschaft eine ganz schlechte Serie hinter sich. Mit vielen, vielen Niederlagen, die gar nicht erwartet waren und zumindest nicht so. Was vermisst wurde, war der letzte Einsatz. Was vermisst wurde, war auch ein bisschen der Kampfgeist. Zwar nicht von allen, aber doch von einigen Teilen in der Mannschaft. Die Fans daraufhin haben gedacht, irgendwas müssen wir tun. Wir starten eine Aktion. Wir wollen die Profis wachrütteln. Samstag Nachmittag am Weserstadion. Berdas Recken befanden sich nach einer grandiosen Hinserie in der Krise. Vor der Bundesliga-Partie gegen den VfL Bochum machten die Werder-Fans mobil. Blocksperre war das Stichwort. Der aktivste Teil der Ostkurve in dem Block 64 wählte eine Boykott-Maßnahme. Anstatt anzufeuern, sollten Spruchbänder die grün-weißen Kicker wachrütteln. Hier nun einige Meinungsbilder verschiedenster Couleur. Ja, ich sag mal so, irgendwann reicht's und was die Mannschaft, wo man bietet, steht ja auch alles da. Wenn wir noch zwei Spiele verlieren, sind wir da unten im Keller mit drin und das kann nicht angehen. Wie sehen das denn die Fans? Sie sind anscheinend gar nicht so zufrieden. Die Fans sind sauer darüber, weil sie den SV Werder überall hin begleiten. Das Transparent, wir reisen weit, wir zahlen viel und ihr verliert jedes Spiel. Sagt alles, was die Leute in der Ostkurve fühlen. Wir wollen uns kämpfen sehen, 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 wir wollen uns kämpfen sehen. Naja, es ist ja kein Geheimnis, dass einige Fans in Leverkusen und in Kaiserslautern am Mannschaftsbus da waren. Aber ich möchte hier klarstellen, nicht um die Mannschaft anzugreifen, den Bus kaputt zu machen, sondern nur um mündlich, verbal seinen Unmut kundzugeben. Und das drückt sich heute so aus, dass der Block 64, wo unsere Ultras beheimatet sind, bis zur 16. Spielminute frei bleibt, von 14 Uhr an. Dann werden sie runterkommen und so wie sie mir das versichert haben, werden sie die Mannschaft dann wieder heißblütig unterstützen. Bochum ist eigentlich ein Gegner wie jeder andere, den man schlagen muss. Aber ein besonderes Spiel deshalb, weil die Fans natürlich aufgrund der letzten Leistungen sehr enttäuscht sind und das auch deutlich zum Ausbruch bringen. Wir sehen den Block im Hintergrund, wo sie sagen wollen, das ist unsere Möglichkeit, uns an dem Spiel zu beteiligen, euch vielleicht aufzuwecken als Mannschaft und mit dazu beizutragen, dass wir wieder bessere Zeiten hier in Bremen in der Tabelle und auf dem Spielfeld sehen. Frank Baumann vor dem Spiel gegen Bochum, auch für Sie ein wichtiges Spiel? Ja, auf alle Fälle. Ich glaube, nach den letzten Wochen, wo die anders liefen, als wir uns das alle vorgestellt haben, das ist, glaube ich, doch heute ein entscheidendes Spiel. Und es wird jetzt langsam Zeit, dass wir aufwachen und ich hoffe, dass wir das heute auf dem Platz auch sehen werden. Die Fans sind anscheinend aufgewacht. Sie sind jetzt ein bisschen lauter geworden. Kann man das nachvollziehen? Ja, auf alle Fälle. Ich glaube, sie waren erstens mal unzufrieden über die Ergebnisse, aber noch mehr, glaube ich, über den mangelnden Einsatz, der in den letzten Spielen eben nicht da war. Und ich bin aber trotzdem fest überzeugt, dass, ich sage mal, dieser Warnschuss der Fans auch einige Spieler wachgerüttelt hat und dass sie heute mit vollem Einsatz zur Sache gehen. Was passiert denn? Bleibt der Block heute ganz leer? Nein, nur eine Viertelstunde. Nach 16 Minuten kommen wir alle mal rein und dann geht es von vorne wieder los. Na also, alte Liebe rostet nicht. Nach genau 15 Minuten war wieder Stimmung in der Arena und ein Happy End gab es auch. Die Aktion der Fans heute, ein Stück der Tribüne freizulassen eine Zeit lang, wie haben Sie die empfunden? In Ordnung, muss man so respektieren. Wenn man das eben die erste Viertelstunde macht und dann eben aber wieder ins Lager der Mannschaft umschwenkt, dann ist das in Ordnung. Ich glaube, man musste nicht nur der Trainer, nicht nur die Verantwortlichen müssen die Mannschaft darauf hinweisen, was man erwartet, sondern auch die Fans. Ich denke, das unterstützt die ganze Aktion. Und von daher, das Verhalten in Kaiserslautern war schon in Ordnung, weil man sich friedlich verhalten hat. Und heute denke ich auch, dass man dann nach 10, 12 Minuten oder vielleicht waren es 15 Minuten dann wieder voll und ganz auf die Seite unserer Mannschaft gekommen ist. Das fand ich toll. Und wir haben heute nicht nur die Mannschaft hat gewonnen, sondern auch die Fans. Musik Herr Koller, wenn Sie so zurückdenken. Herr Koller, wenn Sie so zurückdenken.